Gruß aus Graz. Diese handgemalte Postkarte ist eine von 130, die in der Ausstellung Kunstpoststelle zu sehen sind. Künstler aus vielen Ländern haben individuell gestaltete Karten und Briefe an unbekannte Empfänger verschickt. Die Idee ist es, wieder eine direkte Beziehung zwischen Künstler und Betrachter herzustellen. Besucher können sich eine Karte aussuchen, die sie kostenlos erhalten, mit der Bedingung dem Künstler zu schreiben. Die Kunstpoststelle befindet sich bis zum nächsten Sonntag in der G-Doc-Galerie in der Schöneberger Motzstraße und ist täglich von 16 bis 20 Uhr geöffnet.